Selsa packt aus! Selsa packt aus! Ich habe mir wieder was gekauft und zwar eine japanische Weihnachtskerze. Bedienungsanleitung... Muss ich mal Bedienungsanleitung lesen. Mit sensationellem Modell GWK 9091. Sie bekommen nicht nur teutonische Gemütlichkeit für trautes Heim nur. Auch Erfolg als moderner Mensch bei Anderes geschleckt. Weil Batterie viel Zeit gut lange. Erstens auspackt und freu. Agentur Supervativ. Wir sind Werbung. Wir haben eine Anfrage von Müller. Müller Milch. Ich schwitze. Es gibt Gerüchte, dass Müller die Milch nur von traurigen Kühen bezieht. Grauenhaft. Viele seien depressiv. Es gibt Selbstmordfälle. Im Bild stand Kuh, er hängt sich am eigenen Schwanz. Also, alles Müller oder was, das reicht nicht mehr, das braucht man ja was Positives. Können wir da was liefern? Wow. Zweitens, Flippel A kann abbiegen und verklappen in Gegenstippel B. Agentur Supervativ. Wir sind Werbung. Müller, die tolerante Laktose. Nee. Nicht. Müller, wir sind Milch. Nee. Müller, wir sind Kuh. Nee. Müller, Doping für die Haare. Nee. Also, was hast du? Gar nichts. Gar nichts. Dann lassen wir das mal sacken. Nee, ich muss mal ganz kurz, darf ich da auch mal nachdenken. Laktose von Müller, einfach der Knüller. Mann, Mann, Mann. Das Melken ist des Müllers Lust. Ey, ey, ey. Die offenen Aphorismen. Wenn man seiner Zeit voraus ist, dann stirbt man da früher. Drittens, Klammer C in Sakko oder Jacke von Lebenspartner einfräsen. Und Lächeln für Erfolg mit GWK 9091. Agentur Supervativ. Wir sind Werbung. Müllermilch. Besser als Muttermilch. Muttermilch war gestern, Müllermilch die Zukunft. Das ist kontraproduktiv. Gegen die Muttermilch kannst du nicht anpissen. Kann man nicht, denn ich will ja auch nicht pissen. Kann stinken. Aber ich will auch nicht stinken. Das ist so Effekthascherei. Ruf mich jetzt an. Viertens, für eigens Weihnachtsfeierung GWK 9091 setzten auf Tisch. Fünftens, für kaputt oder Batterien mehr zu Gemütlichkeit beschweren an wir. Scharade. Achtung. Wie heißt das Wort? Das war leicht, ne? Das nächste Mal wird es schwieriger. Na, wie nennt man denn das? Agentur Supervativ. Wir sind Werbung. Sex sells. Wie meint's denn das jetzt? Sex sells doch immer, sagt man. Das selig lächelnde Kleinkind. Knuckelt an der Riesentette. Und dann kommt halt Müller. Wir sind Milch. Mit Kinderstimme aus dem Off. Äh. Hab ich jetzt vergessen. Hahaha. Gib mir mal was zum Rau. Hier. Eine einfache Methode. Jetzt ist was angegangen, hast du das gesehen? Na klar. Das ist magisch. Das ist ne Idee. Ah. Müller. Mann ist das ne Wurst. Hahaha. Hahaha. Lass mal mal sacken. Ja, lass mal mal sacken. Da geht noch was. Sex. Für neue Batterie, Altbatterie zurück für Sauberwelt in Deutsche Wald. Das ist doch mal was. Ich hab da mal was vorbereitet. Das können wir jetzt mal schön zusammen gucken. Du klickst den Link. Du klickst den Link. Du klickst den Link. Du klickst den Link. Nee.